Für die österreichischen Lotterien ist die Sensation perfekt, denn zum ersten Mal in der 32-jährigen Geschichte von 6 aus 45 wird am kommenden Mittwoch ein 7-fach-Checkpot ausgespielt. Auch am Sonntag haben beim 6-fach-Checkpot bei 12 Millionen Tipps war da kein einziger dabei, der den 6er-Rang abgeräumt hat. Der kommende 7-fach-Checkpot kommt mit ungefähr 14 Millionen daher und ist somit das höchste, was jemals im 6er-Rang ausgespielt worden ist und könnte somit auch der höchste Solo-Gewinn bei 6 aus 45 aller Zeiten werden. Das bedeutet vor allem eines, nämlich ein riesen Arbeitspensum für alle Trafikanten, denn im Schnitt werden rund 220 Tippabgaben pro Sekunden erwartet. Und außerdem müssen die Trafikanten kreativ werden, denn die Jackpot-Fahnen, die gibt es nur bis zum 5-fach-Checkpot. Gerade erst kürzlich hat man aber jetzt zumindest 6-fach-Checkpot mit Fahnen in Auftrag gegeben, schmunzeln die Lotterien. 14 Millionen also im Pott, wer sein Glück noch versuchen will, bis Mittwochabend ist dann Annahmeschluss und dann könnten auch Sie vielleicht schon bald um ein ganzes Stück reicher sein.